Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Geek Talk Daily. Heute am Mittwoch, dem 23. Oktober 2018. Ihr hört die Geek Talk Daily 488. Die heutigen Themen, die ich mitgebracht habe, Elektro-Transport, Herzpumpe, iCloud-Probleme, EU-Copyright und die Zahl 4. In Norden von Deutschland bekommen diverse Transportunternehmen, DPT, GLS, Hermes, UPS und so weiter. In der nächsten Zukunft 500 elektrische Zustellfahrzeuge, nicht gesponsert, sondern gefördert. Das Ganze wird in dem Sinn umgesetzt, dass alte und auslaufende Dieselgeräte, also Fahrzeuge, Autos und Transporter, umgerüstet werden, auf den elektrischen Weg gebracht werden und somit dann die Zustellung deutlich sauberer ist. Jetzt hoffe ich nur, dass in den ganzen Quartieren und vor allem auch da, wo viele Firmen, äh Firmen, Familien wohnen, mit Kindern, die dann draussen spielen, die irgendwie ein bisschen mehr Geräusche machen, denn elektrische Fahrzeuge machen ja relativ wenig von denen und das könnte noch unschön werden. Aber ich denke, da wird man auch daran denken. Auf jeden Fall ist es toll, dass der Bereich gefördert wird. In der Schweiz wird, wie in vielen anderen Ländern auf dieser Welt, fleissig geforscht. Nicht anders ist es an der ETH, der Eidgenössischen Technischen Hochschule, hier in Zürich. Und da hat man eine Herzpumpe aus dem 3D-Drucker rausgebracht, die deutlich mehr Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, als den Leuten oder den Forschern lieb war. Das Ganze war eigentlich nicht dafür gedacht, dass es eine funktionstüchtige Pumpe ist, sondern mehr zu zeigen, wie man ein Produkt einarbeiten kann. Das ist wichtig zum Beispiel für verschiedene Antriebe, hier eben in Form von einer Herzpumpe gezeigt. Schlussendlich hat es geklappt in dem Sinn, man hat mit knapp 1000 Rotationen pro Minute zweieinhalb Liter Flüssigkeit durch die Pumpe durchgebracht. Ist nicht so viel, wie man für ein richtiges Herz benötigen würde. Aber wie gesagt, es ging da einfach mal darum zu zeigen, dass es eben möglich ist, das Ganze im 3D-Druck zu machen. Das erleichtert deutlich, oder nimmt deutlich einen Aufwand ab und wird spannend werden in der Zukunft. Bei Apple gab es gestern Abend einiges an Problemen mit ihrer iCloud. Zum Zeitpunkt der Aufnahme knapp nach 12 Uhr bestehen noch einige davon. Vor allem iCloud-Geschichten wie Kalenderkontakte, Mail, Notizen etc. haben kleinere Probleme. Schluck auf. Bei mir funktioniert so ziemlich alles bis auf die Fotogeschichte. Hat er bis am ganzen Abend eigentlich auch gar keine Probleme sonst. Dennoch, wie ich so mitbekommen habe, hat der eine da, der andere da und der nächste da ein Problem. Also wie gesagt, die Probleme scheinen nicht überall aufzutreten, aber dennoch nervig und unschön. Und ich hoffe doch, dass bis ihr die Folge hört, die Probleme behoben sind. Ansonsten wäre es ziemlich unschön, liebes Apple. Macht vorwärts da drüben. Ja, das EU-Copyright-Gesetz, das ist die Urherberrechtslinie, die aktuell umgeschrieben wurde und jetzt dann irgendwann durchgeboxt wird, wird mit dem Artikel 13 noch so ziemlich vieles umwerfen. Denn da gibt es schon von vielen Firmen die Rückmeldung, dass das gar nicht so toll sei. Das gleiche kommt jetzt auch von Seiten YouTube her. Da hat sich die Susan Voyo, genau, wie war das mit dem englischen Vorlesen, genauso ist es mit den Wörtern. Die YouTube-Chefin hat sich auf jeden Fall zu Wort gemeldet und meinte, dass das quasi der Tod für viele oder für die meisten oder für alle kleinen YouTuber sei, da es da viel zu komplex sei, das Ganze so umzusetzen. Jetzt hoffe ich doch, nachdem sie Google Plus sterben haben lassen, dass das hier bei YouTube nicht passiert. Ne, Spass beiseite. Logischerweise, YouTube ist ein Riesending und da wird sich Google auf jeden Fall darum tun, dass sie das umgesetzt bekommen. Was YouTube rät, ist, dass man sich auflehnt und dagegen ein bisschen mobil macht. Kann man machen, sollte man machen, aber generell sollte man das Urhebergesetz nochmals ein bisschen überdenken, würde ich sagen. Aber gehen wir weiter mit dem letzten Thema, was ich heute schon für euch habe. Der Facebook Messenger. In der Version 4.0 wurde vorgestellt. Im Laufe der nächsten Woche wird der Rolli ausgerollt, nach und nach für die einzelnen Nutzer da draussen. Und da dürft ihr euch schon gespannt oder dürft ihr euch schon gefasst machen. Es gibt natürlich wieder mal Änderungen in der Optik, in der Bedienung. Das Ganze soll einfacher gemacht werden, weil laut Umfragen und Statistiken ist das, was die Nutzer möchten, ein einfachen und doch funktionsumfangreichen Messenger. Ich bin ja mal gespannt, was sie daraus machen und warte, bis das Update da ist. Das waren die Themen, die ich für euch heute habe zusammenkratzen können. Für mich geht es heute jetzt an die Connecta in Bern. Ich bin schon sehr gespannt. Vielleicht gibt es da morgen ein bisschen was zu berichten oder in der News-Folge dann vom Geek Talk in der aktuellen Woche. Ich werde es sehen. Ansonsten, ja, morgen wieder bei euch im Podcatcher mit einer neuen Geek Talk Daily. In diesem Sinne, euer Pogipsi. Bis bald. Tschüss. Hört mehr Geek Talk.